Hallo und herzlich willkommen zu Skywise Minecraft Survival Folge 503. Ähm, schon lange nicht mehr gespielt. Hm. Wenn wir die Teile sehen, sind sie. oder Klau. Ähm, wir haben das letzte Mal. Ich glaube, ich bin da hinten. Da stand die Bullhöhe, ja. Zu etwas. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hmm. Untertitelung. BR 2018 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 Ein paar Twindikaits drang holen. Hm, aber nicht mehr so viel. dann wir brauchen jetzt ein paar Bäume pflanzen Fichte Dschungel Tropen und Knochen mehr natürlich Auf dem haben wir genug Knochen Vielleicht noch Herdöpfel Knochen mehr So der Vulkan hat sich doch endlich mal ausgeschaltet Das ist schön oben Knochen Ich gehe schnell schlafen Ich habe ihn auf Deutsch Auf Deutsch Sprache Englisch Äh Macht das irgendeinen Unterschied Englisch Ok klingt doch gut Ich gehe Es gibt einen Schrauch. Es gibt einen Schrauch. Das haben wir zu viel, holt's. Zu viel holt's. Dann gehen wir verkaufen. Kein Platz. Kein Platz. Kein Platz. Ja. Da brauchen wir. So. So. Gut. So. 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 Wie ist die doch eigentliche Fluchtkamp? Das ist doch nicht mit dem Metronome. Halt es nicht. Kaufer noch. Ich glaube, es liegt noch einmal. Das könnte man eigentlich auch laufen lassen, da ist ja ganz voll. Oh, da haben wir Dinge. Das geht. Ah, was gibt das? Pölzli. Äh, also. Mal schauen, ob man das mit Helium, oder wie das Ding heisst, einfach das rote Bodetingzeug, durch, ob man das vielleicht irgendwie kraften kann. Ah, da ist aber ein schöner Baum gewachsen. Hm, ich glaube da wird nicht. Was fehlt noch? Kann das ein wenig Abstand sein? Oder ist es nicht ein falsches Baum? Aha. Hm. Wahrscheinlich zu wenig Abstand, oder? Gut. Jetzt, darum. Ganzig, dich. ... ... ... Gut, da hat die Donner... Donner abhauen. Hm. Hmm... Hier? Jetzt war es noch einmal so einer. Er braucht sicher auch Platz. Karl ausein, eine Ausnahme. Er braucht sicher, sicher. Moral ein. Schlecht hier. Wird ihn auch noch nicht, gleich! Schlecht hin. Schlecht hin. Ich habe meinen, jetzt nicht leidahen. Einmal so, den Schlecht hin. Der Friech an. Da muss ich überall Brühen sein, um zu wachsen, nicht wirklich, oder? Da ist er frei, da ist er, da ist er auch noch, vielleicht, hm, vielleicht auch da ist er noch. In diesem Moment ist es natürlich auch noch weg, damit wir die anderen wahrscheinlich auch nicht schnell fallen haben. Und da du auch, ne? Gut, wir können mal schlafen. Ich hoffe, irgendwelche Monster kommen. So. Hier sind Monster. Eigentlich gefällt mir der Dschungelbaumfilm besser, da der andere ja schon. Hm. Nicht so super schön. Was fehlt denn noch? Noch mehr Platz? Natürlich mit Knochen mehr. Hm. 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 Oh, er ist gewachsen. Ganz ohne Knochen mehr. Sehr gut. Ich glaube, da holen wir ihn wieder ab. Ja, das würde ich schon sagen. Ich liebe den Anderen. Ja, das ist feature. Ich würde sehr Del pufe selber so machen, eben um carbone für die Gelwebe zu sein. Das war so hyper****. Irgendwie muss alles sandwich sein. Gut, wich ist es gegangen, äh, die Mettis da Sehr gut, jetzt haben wir. Ich glaube der Eint hat den Raum wieder, noch ein bisschen von dem. Ah, er hat noch Blätter oben. Okay, irgendetwas war es da auch noch. Denn, damit das mal ein Bipfler ausstellen. Okay. 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 so ja wie das wahrscheinlich gehört hat der timer ist abgelaufen ja dann sehen wir es in der nächsten folge und tschüss zusammen